so hallo erst mal als erst mal herzlichen glückwunsch zum kauf ich mache das immer so dass ich immer die geräte dann wieder raus holen und noch mal anschließend noch mal checken ob wirklich alles in ordnung ist das mit auf jeden fall bevor es ins paket kommt dass man sieht okay es ging so also ich habe jetzt was das geladen ich mache es aber einfach noch mal neu laden also hier ist auf dem rechner ist spielers drauf videos um schaltbar mit dem tast da hinten mit dem schalter hier wenn ich den runde schalte und an mache normales betriebssystem okay so das laufwerk an sich auslesen spielers verzeichnis laden was nehmen uns vor wir nehmen uns jetzt mal groß passt das vor fertig starten sound habe ich ausgemacht läuft aber ich habe den ausgemacht hier weil das der amiga ist die lautspräge die boxen aber ich mache mir das ist das sound auch das formatieren wir noch mal eine diskette dann muss auch die diskette wechseln weil es zu laut müssen wir leise machen mit marmiga braucht das hier gar nicht auf dem monitor weil ich wie gesagt erläuft über die hautsprächer die große box so oder jetzt habe ich in eine leere diskette reingemacht die formatiere ich noch mal zur sicherheit dass es auch wirklich alles klappt mal 09 und aus geht's bei der schöner dann gut weiß beleuchtet so gut dass es wieder nicht so lang wird und dann gucke ich mal wie ich verpacke und wäre vielleicht gut wenn du mir noch mal die e mail adresse von einem paypal account schickst falls dann das noch in der paket reinpasst wo normal ist bei der post dass ich dir was zurückzahlen kann wenn es zu viel porto ist also das gesehen dass er formatiert alles klar jetzt mache ich das noch in youtube rein und dann mit zweiter gehen